Oh, das Glas hier. Vielleicht beim ersten Mal schon eine Seide gerissen. Ja, das geht schon gut los. Ja, warte mal. Aber das macht dich schon noch so weit. Das ist egal. Das schon ist schön, die Strohballe und schmisse auf der Wohre. Es ist schon wie ein Mann, so wie mir ein Mann seine Musik macht. Wir sind schon schon lange jung, aber es da fällt mir ein, ich gleich hau'n gar nicht die Mandoline mit dabei. Ja, aber irgendwie, ja irgendwie, haben wir's dann doch noch geschafft. Und die Leute an mir, wir hatten alle bei'n Haufe Spaß. Und solange das noch so ist, da wird's auch immer überdisch gehen. Weil das mit dem Fälle geht, was wir vorgehen, das ist recht schön. Weil wir kommen und spielen, weil wir 14 sind immer weg. Und alles, was dann üblich blöd, das ist ein Haufe Dreck. Ja, genau, das ist ja ein unheimlich wichtiger Text. Das könnt ihr vielleicht auch mal miteinander mitgesehen. Und zwar, ich muss so, und alles, was dann üblich blöd, das ist ein Haufe Dreck. Müsst ihr so, okay, könnt ihr euch das merken? Ja, los. Alles, was dann üblich blöd, das ist ein Haufe Dreck. Oh, ja, halt, Moment. Das war jetzt nur halt so ein bisschen wie für Beerdigung. Könnt ihr das auch richtig? Ein Haufe Dreck. Weißt du, genau, okay. Also, wir kommen und spielen, weil wir sind immer weg. Und alles, was dann üblich blöd, das ist ein Haufe Dreck. Ja! Der Uftritt der Rücken, ey, oh, gleich kommen wir, oh, ich seh'n auf einmal total blass und seh'n uns betet tot. Das Lampefieber breit sich aus, ich schieß gleich in die Hau's. Das Schröne steht jetzt, halt die Mühl und stell dich net zu, oh, ja. Weil irgendwie, ja, irgendwie, hab ich doch noch an geschafft. Und die Lüder und mir, mir hatten all der Bein genau verspast. Und solange das noch so ist, da wird's auch immer wieder schrein'. Weil das mit dem Film, Geld muss man verdienen, das ist recht schön. Weil wir kommen und spielen, weil wir sind immer weg. Und alles, was dann übrig blöd, das ist ein Haufe Dreck. Ja, ja, jetzt kommen die letzten Strafe hier. Die geht so. Wir haben nicht dann im Stau gestanden, es war wirklich schlimm. Wir haben gedacht, wenn wir ankommen, da brennt wir uns an. Das Schröne steht kein Prächtiggas, das schaffen wir schon noch. Da kommen wir an, das wird, ihr spielt doch erst nächste Woche. Aber irgendwie, ja, irgendwie, hab ich dann doch noch geschafft. Hier, ihr sollt net auf den guck, ihr sollt auf mich guck, ich bin viel schöner, oder? Aber irgendwie, ja, irgendwie, hab ich dann doch noch geschafft. Und die Lüder und mir, mir hatte all der Bein genau verspast. Und solange das noch so ist, da wird's auch immer wieder stehen. Weil das mit dem Fälle, Geld, was man vor den, das ist recht schön. Weil wir kommen und spielen, weil wir viel sind immer weg. Und alles, was dann übrig blöd, das ist ein Haufe Dreck. Dankeschön, jawohl. Dankeschön. Schön, dass ihr alle miteinander gekommen seid. Jawohl, wir sind die Original-Röner-Säu-Events. Das brauch ich euch jetzt nicht mehr mal erzählen mit den Blues von den Baumwollfeldern und den Rönen. Wir sind wieder zurück für unsere Tournee im Auftrag vom Goethe-Institut. So über so bedeutende Metropole wie Speckswinkel, Hüttenheim, Osnabrück und Niederdünsebach. Und sind jetzt froh, dass wir wieder da heiß sind. Und freu mich auch, dass heute Abend auch Gäste gekommen sind. Und zwar hier die Kollegen von der Grasmücke. Gut, ihr kennt euch am Hut, ne? Das ist schön, dass ihr gekommen seid, ne? Genau. Wir haben immer gute Gäste da, ne? Also, heute sind die Grasmücke da, morgens kommt dann Quatsch mit Soße und Samstag kommt dann das ZDF. Das sind wir aber dann nicht mehr da. Das ist ja auch egal, scheißegal. Woll ich gar nicht erzählen. So, wir machen als nächstes jetzt ein Lied, das handelt von einem richtig schönen, langweiligen Röner Heimatabend. Und so heißt das Stück auch, das heißt ganz einfach Heimatabend. Das geht so. Eins, zwei, drei.